TimLP, hier wird simuliert. Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Tim und ich begrüße euch recht herzlich zum neuen Video hier auf TimLP zu einer weiteren Folge des Ultimate Fishing Simulator 2. Ja und wir gehen heute ans Wasser, wir werden wieder die Spinnroute schwingen. Bevor wir ans Wasser gehen, noch mal eine kurze Erinnerung, wer es noch nicht getan hat, kann sehr gerne diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um kein weiteres Video zu verpassen und jetzt gehen wir rein. Mich freut es, dass die erste Folge so gut angekommen ist bei euch. Das Spiel macht mir extrem viel Spaß, habe ich ja schon gesagt, weil ich auch in Real Life sehr gerne angeln gehe und sehr gerne mit der Spinnroute am Wasser unterwegs bin und ja, deswegen wird es auch von diesem Spiel neben dem Landwirtschaft Simulator auf jeden Fall in Zukunft viel mehr Videos geben auf diesem Kanal. So, ich kann euch mal, also ich habe ein bisschen auf Twitch letztens gestreamt, ich streame öfters auch auf Twitch, wenn ich mal Lust habe und da war ich auch in dem Spiel hier unterwegs und dann haben wir schon mal ein bisschen was gemacht. Ich war am Anfangsgewässer, habe schöne Fische gefangen, sehr, sehr schöne Lachse, sehr schöne Regenbogenforellen und genau, haben ein bisschen Geld gemacht. Ich habe eine stärkere Schnur, ich kann es einmal zeigen in der Ausrüstung. Im Vergleich zu, davor habe ich eine stärkere Schnur draufgezogen, da war vorher eine monophile Schnur drauf, jetzt haben wir eine geflochtene drauf, eine 0,15er geflochten, 75 Meter und ja, Kraft, die Tragkraft der Schnur sind 5,37 Kilogramm. Vorher waren wir bei, keine Ahnung, um die 1 Kilogramm oder 1,25 Kilogramm. Deswegen haben wir uns da schon gesteigert. Das schwächste Glied in der Kombo ist jetzt die Rolle. Die hält nicht so viel aus, die 2000er und ja, wir haben so eine, ja, so eine Multi-Route, also das heißt, die man für mehrere Zwecke nutzen kann. Ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, ich hätte gerne eine Spinnroute, aber wir müssen erstmal mehr Geld machen. Wir haben erst 406 Dollar, das heißt, hier müssen wir auf jeden Fall mehr Geld machen. Ja, Vorfach, zweieinhalb Kilo und genau, ich habe einen Spinner gekauft. Wir haben jetzt folgende Köder. Wir haben am Anfang mit dem Zwister geangelt, dann habe ich den Spinner gekauft, einmal in Gold und in Silber. Viele von euch, die selber angeln gehen, kennen wahrscheinlich den Spruch, Spinner geht immer. Dann habe ich noch einen Zwister in der Farbe gekauft, meine ich, oder den hatten wir schon, eins von beiden und einen Regenwurm für die Posenroute, aber ja, ich möchte erstmal mit der Spinnerroute angeln. Macht mir mehr Spaß. So, wir können mal kurz ins Shop gehen und zeige ich euch mal, was ich vorhabe, mir in Zukunft zu holen. Spinnerrouten, Baitcaster, ich bin im Real Life jetzt total auf dem Baitcaster-Film, macht mir immer mehr Spaß, damit zu angeln. Ich habe jetzt auch, glaube ich, drei oder vier Routen mit der Baitcaster-Rolle und das mit dem Werfen, Auswerfen klappt immer besser. So, Spinnerrouten, da haben wir natürlich hier am Anfang Ultra-Leichtspinnerroute mit 0,2 bis 3 Gramm Wurfgewicht, da können wir nicht so viel mehr machen. Und wenn wir eine ordentliche Spinnerroute haben wollen, ich sag mal so, mit der man, ja, so eine mittlere Spinnerroute, mit der man ziemlich viel abdeckt, da haben wir hier 10 bis 35 Gramm Wurfgewicht, dann liegen wir bei 1600 und Level 12. Also dafür müssen wir noch ordentlich was tun. Deswegen werden wir erstmal mit unserer Kombo weitermachen. Ja, hier gibt es auch so Quests oder Aufgaben, die man erfüllen kann. Für die Aufgabe fehlte mir, glaube ich, noch den nordamerikanischen Hecht oder so zu fangen. Ich weiß gar nicht, wo man sich hier nachguckt, da werde ich mich nochmal schlau machen. Man kann Fähigkeitspunkte vergeben auf jeden Fall. Hier hätten wir mal wieder einen. Und ich habe mal einen Fähigkeitspunkt hier vergeben, dass wir erhöht den Verkaufspreis von Fischen aus dem Netz und des Aquariums um 5%. Finanziell ist das nicht verkehrt. Und was können wir hier noch machen? Vergrößert die Chancen, Artikel zu einem besseren Preis zu erwerben? Ja, okay. Das ist auch nicht schlecht. Aber was kann man hier denn bei Trixa machen? Sie erhalten 5% mehr Erfahrung für jeden Fisch, den sie fangen. Ja, nehmen wir auf jeden Fall. So, jetzt haben wir bei Wirtschaft einen Punkt vergeben und bei Trixa einen Punkt vergeben. Das passt soweit. Hier, ach hier, Missionen. Ah, anscheinend. Okay, es gibt tägliche Missionen. Das wusste ich nicht. Das heißt, die letzte konnte ich nicht komplett abschließen. Da hat mir der nordamerikanische Hecht gefehlt. Der wollte einfach nicht an meinen Haken. Ich habe alles probiert. Aber die Flussbarsche, die Regenbogenforellen und die Rotlachse waren schneller. Fangen Sie Fische in einer beliebigen Art mit einem Gesamtgewicht von 15 Kilo. Ja gut, das ist jetzt nicht so das Problem. Fangen Sie einen Fisch einer beliebigen Art mit einem Mindestgewicht von 2 Kilo. Auch easy. Fangen Sie Fische in einer beliebigen Art mit einem Gesamtgewicht von 10 Kilo. Einer beliebigen. Hier haben wir 10 Kilo und da haben wir 15 Kilo. Ja, hört sich ziemlich easy an. Letztes Mal in der letzten Folge waren wir an dem Jackson National Park Gewässer. Aber wir haben ein neues Gewässer freigeschaltet. Und zwar das Gewässer, was ich nicht aussprechen kann. Und da gehen wir mal hin. Hier gibt es Schlein, europäischer Flussbarsch, Rapfen, Baben, Rasse, Karpfen, Spiegelkarpfen, Wildkarpfen, Graskarpfen, Karausche, Döbel, Arland, Hecht und Rotauge. Also wir haben hier ein paar Räuber drin mit Hecht, Döbel, Raubt auch, Europäischer Flussbarsch, mein Lieblingsfisch, Rapfen ist auch ein Räuber. Ja, da gehen wir mal rein und versuchen mal ein paar Hechte zu fangen oder so. Ja, gehen wir ans Gewässer. Ich war selber noch nie da. Ja, gucken wir uns einfach mal an das Ganze. Aber es ist ein sehr geiles Spiel für zwischendurch und auch im Stream macht das Spaß. Ja, wer auch mich mal live sehen will, also im Stream sehen will, ich streame ab und zu auf YouTube, aber meistens habe ich jetzt vor, auf Twitch zu streamen. Also guckt auf jeden Fall auch bei meinem Twitch-Kanal vorbei. So, jetzt gucken wir uns das hier ganz erstmal an. Wir haben hier mehrere, wir haben hier fünf Plätze, fünf Positionen. Es ist ein See, so wie es aussieht. Ja, ein bisschen verwinkelt da hinten. Ich gehe hier erstmal auf den Steg und mache von hier einen Wurf. So, Spinner habe ich dran. Jetzt muss ich auf jeden Fall, was sich gut herausgestellt hat, ist 10% Geschwindigkeit. Zug lasse ich erstmal auf 48%. Und jetzt werfe ich erstmal voll da hinten hin und gucken, ob wir, ja, einen Fisch beim ersten Wurf verhaften können. Ich bin ziemlich zuversichtlich. Unter Wasserkamera feiere ich auch in dem Spiel, wobei die manchmal ein bisschen verbuggt ist. Aber ich glaube, das Spiel ist auch noch nicht zu 100% fertig, meine ich. Okay, wir müssen auf jeden Fall doch ein bisschen mehr Geschwindigkeit auf 18 nehmen. Oh, da haben wir schon was. Es müsste doch ein Döbel sein, oder? Wenn ich es richtig gesehen habe. Ich mache mal die Geschwindigkeit hoch. Das ist kein Fisch, der irgendwie großartig in eine Bremse oder so geht. Also gar nicht in eine Bremse. Da waren die Forellen krass, die Regenbogenforellen im Jackson National Park. Die haben richtig krass einen Drill geliefert. So, was haben wir hier? Ein Rapfen. Ach stimmt, ein Rapfen, ja. Also Rapfen habe ich auch schon extrem, also einen richtig guten gefangen in Holland. Auf jeden Fall über 70 Zentimeter war der. Der hat auch richtig hart gekämpft. Was bringt am meisten? Experience freigeben. Ja, aber wir brauchen das Geld. Wir brauchen das Geld. Ich wollte hier auf jeden Fall ein Thumbnail machen. Ich mache immer Screenshots. Man weiß ja nie, ob man noch einen besseren Fisch fängt für ein Thumbnail. Ich finde das, was ich schade finde, ist, dass man den nicht höher halten kann hier. Man hat hier quasi die Waage, aber man sieht nicht den ganzen Fisch, ne. Das ist ein bisschen schade. Äh, Maushalger weg. Ja, gut. So. Den behalten wir. Also es fängt ja schon mal ganz gut an. Aber eigentlich sind Rapfen echt starke Kämpfer. Und davon hat man hier im Spiel jetzt nichts gesehen. Aber in Real Life gehen die richtig steil. So. Jetzt Geschwindigkeit wieder so um die 20. 18, 20. Ja, 22 habe ich jetzt gesetzt. Läuft gut, der Spinner. Oh, da war ein Hecht. Da war ein Hecht. Komm, komm, komm. Ja, komisch. Hat sich gar nicht für unseren Köder interessiert. Lass den nochmal absenken. Oh, da ist er Hecht. Da ist er Hecht. Jo, da haben wir, ne. Geht auf jeden Fall in eine Bremse. Ich, äh, stelle die Bremse mal hoch, weil Schnur, Rolle, Route ist alles ziemlich, also die Belastung ist nicht hoch. Boah, geil. Geil, geil, geil. Macht richtig Spaß. Obwohl, der geht in eine Bremse. Aber ich kann die Bremse noch ein bisschen mehr zustellen. Da hat man es gerade gesehen. Also die Rolle ist, äh, ja, jetzt geht es schon ein bisschen. Äh, ihr seht es unten rechts. Die Rolle hat gerade die höchste Belastung in der Kombo. Ja, okay. Der kann schon besser kämpfen. Das ist schon ein besserer Drill. Oh, die Route ist ziemlich krumm. Aber jetzt, ich glaube, jetzt hat er verloren. Ah, da kämpft er nochmal. Ja, aber ich lasse die, äh, ich lasse die Bremse auf 76%. Das geht schon. Das hält die Kombo auf jeden Fall aus. Kann ich da noch ein bisschen pumpen. Man kann hier ja so runter gehen und dann so hochziehen. Also ich muss das mit dem Drillen hier noch ein bisschen üben. Aber es klappt schon, ich, es klappt schon ganz gut, würde ich behaupten. Okay, das ist schon kein, kein so einfacher Drill, aber die Regenbogenforellen, die waren noch krasser, würde ich behaupten. Das ist kein schlechter Hecht. Also der, der kann schon was. Oh, jetzt zieht er, jetzt zieht er wieder weg. Ich bin am überlegen, was ich mache, ob ich die Bremse vielleicht noch ein bisschen mehr zumache, aber wir gucken uns mal unter Wasser an. Im Real Life habe ich übrigens, ist mein PB bei Hecht bei 87. Ich habe noch nie über einen Meter gefangen. Und ein Freund von mir, der noch nicht mal auswerfen konnte, hat in Schweden, also der konnte ich auswerfen. Ich hatte einen riesigen Gummifisch. Oh, der Hecht zieht uns jetzt aber ziemlich weg hier. Ich hatte einen riesigen Gummifisch. Wie gesagt, der konnte ich auswerfen. Wir waren mit dem Motorboot unterwegs, in den Scheringerden. Dann habe ich den Gummifisch dran gemacht und habe gesagt, hier, pass mal auf, du brauchst nicht auswerfen. Wir ziehen den einfach hinterm Boot her. Dann haben wir den hinterm Boot her gezogen, diesen riesen Gummifisch. Und dann sagt er, ja Tim, ich hänge fest. Bin mit dem Motorboot ein bisschen zurückgefahren, habe geguckt. Ich sage, ey, du hängst nicht fest. Das ist ein riesiger Hecht. Sein erster Fisch im Leben, den er gefangen hat, ein Meter sechs Hecht. Ich habe noch nie über einen Meter gefangen. Ist das bitter? Irgendwann werde ich aber mal den Meter knacken. Beim Barsch ist mein PB nicht schlecht, mit 47 Zentimeter. Und Zander liegt, glaube ich, etwas über 70. Irgendwie so. Oh, der Hecht, also der ist doch, ich würde den doch auf die gleiche Stufe setzen, wie die Regenbogenforellen. Der kämpft hier ziemlich gut. Komm, ich mache die, jetzt hat er, jetzt gibt er auf. Komm, komm, jetzt hat er aufgegeben. Oha, Leute. 80 Zentimeter, vier Kilo, ein richtig guter, ein kapitaler Hecht, würde ich behaupten. Ich versuche mal, ob wir da ein schönes Thumbnail machen können. Jetzt ist das Geländer da natürlich im Weg, aber egal. Richtig schöner Hecht. Gucken wir nochmal. Ja, so ist das, das ist doof. Da sieht man nicht viel. Das Geländer ist im Weg. Schreibt mal in die Kommentare, wisst ihr, ob ich jetzt noch, wenn ich den Fisch so in der Hand habe, noch für ein Foto woanders hingehen kann? Glaube ich nicht, ne? Leider kann ich da keine, äh, andere Position nehmen. Aber egal. Wirklich ein krasser, krasser Fisch, krasser Hecht. Äh, den behalten wir. Der bringt fast 76 Dollar. Den behalten wir auf jeden Fall. Und Levelaufstieg. Richtig cool. So, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welches, ähm, falls ihr schon mehrere, äh, Fishing oder also Angelsimulatoren gespielt habt, was euer Lieblingsspiel ist. Ich habe bisher Fishing Planet ausprobiert und den Ultimate Fishing Simulator. Und bisher, also, äh, Fishing Planet hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber das Spiel finde ich auch richtig, richtig cool. Und auf meinem Kanal möchte ich erstmal nur ein Angelspiel oder möchte ich nur ein Angelspiel zeigen. und ich werde bei dem Ultimate Fishing Simulator 2 bleiben. So, äh, jetzt muss ich mal eben die, die Bremse wieder ein bisschen runterstellen. Auf 50% ist eine sichere Bank. Ich werfe hier hinten mal hin. Mal gucken, ob wir da hinten noch einen kriegen. Kann man auch ein Land werfen eigentlich? Und ich frage doch, kann man eigentlich an Land werfen? Oh Mann. Ja, okay. Äh, hat sich verfangen. Kann ich den so jetzt einholen? Ah, jetzt. Ah, jetzt. Oh, ha. Ja, da seht ihr, seht ihr mal einen richtigen Profi. So, den ziehe ich jetzt schön hier die Kante runter durchs Kraut. Mal gucken, ob ein Fisch einsteigt. da kann, da kommt ein Hecht. Ja. Jo, der hängt. Mal gucken, ob der genauso Palava macht wie der andere oder ob der, ob der kleiner ist. Ja, der geht auf jeden Fall, der geht nicht in eine Bremse und ich kann die Geschwindigkeit auf 100% stellen. Ja, ist ein kleiner Hecht. Aber das mit den Hechten, das funktioniert hier. Also, ist ein gutes Gewässer für Hechte. Jetzt geht er gerade mal ein bisschen in eine Bremse, aber ich habe die auch nur auf 48%. Wohl, so klein sieht der gar nicht aus, aber der ist auf jeden Fall kleiner als der andere. Ja, 68 cm, 2,38 Kilo, aber auch 27 Dollar. Also, Hechte bringen gutes Geld, behalten wir. Natürlich. Ähm, ich gehe nochmal an eine andere Stelle. Bin hier hinten. Ich gehe mal an Stelle 1. Mal gucken, was da so los ist. Boah, das gefällt mir hier richtig gut. Hier ist so ein alter Brettersteg. Werfen wir hier raus. So, Geschwindigkeit erstmal wieder runterstellen, nicht vergessen. Wie gesagt, um die 22 ist schon ziemlich gut. Ja, was, jetzt habe ich 24, naja. So, raus mit dem Spinner. Also, der goldene Spinner geht bisher ganz gut. Wie gesagt, Spinner geht immer. Habe ich früher auch vier mit geangelt. Mache ich immer noch manchmal dran in Real Life, aber mittlerweile äh, fische ich doch andere Köder ein bisschen lieber. Aber, kommt immer drauf an. Es gibt auch, äh, mal Tage, wo der Spinner ganz gut funktioniert, wo andere Sachen nicht so funktionieren. Na, bisher hier noch kein Fisch gesehen. Heißt aber nichts. Jetzt wieder absinken lassen ein bisschen. Na, hier ist irgendwie, hier sehe ich gerade keinen, wobei hier ziemlich schön Kraut ist. Kraut steht doch mit Sicherheit noch nicht. Oh, da war ein Flussbarsch kam an. Was ist da für ein Fisch? Ein Karpfen. Sah aus wie ein Karpfen. Ich glaube, das war mein erster Wurf in diesem Spiel, wo, oh nein, habt ihr das gesehen? Oh, hier, hier, da sind noch Fische. Das ist ja cool gemacht. Man sieht von außen die Flussbarsche noch. Also die Flussbarsche sind auf jeden Fall hinterm Spinner hergegangen. Wollten sich den schnappen, aber haben sie nicht mehr. Ich mache nochmal einen Wurf da hinten hin. Das war cool. Das war cool. So, jetzt ziehen wir hier hin. Ah, da kam auch schon wieder ein Flussbarsch. Ich ziehe den, leier den jetzt einfach mal durch. Ich habe die Geschwindigkeit ein bisschen reduziert auf 20%. Vielleicht kriegen wir ja noch so einen Flussbarsch, wobei die nicht so viel bringen, aber, oh, da ist er. Mit Ansage. Der hängt. Der hängt. Ist halt mein Lieblingsfisch. und richtig große Flussbarsche, also ab über 40 im Real Life machen richtig Spaß. So, wie groß ist der? So klein ist er gar nicht. 38. 38, nicht schlecht. Verhalten. Also freigeben bringt mehr XP. Der bringt jetzt nicht so viel Geld. Ja, aber nehmen wir trotzdem mit. Nehmen wir trotzdem mit. Fast ein Kilo. Ich wechsle nochmal die Stelle. Ich möchte ja an so einem neuen Gewässer möglichst viel erkunden hier. Auch cool. Wenn wir hier zurechtfinden. So, ich werfe in diese Richtung. Geschwindigkeit auf jeden Fall wieder runter. auf 22. Oh, hier ist eine richtig schöne Steinkante. Boah, aber man kann sich auch hier unter Wasser, kriegt man auch Hänger. Das ist ziemlich cool. Oh, hier ist eine sehr steil abfallende Kante. Da lasse ich den Spinner auch mal runterfallen. Das wäre geil, hätte ich im Real Life eine Kamera. Da könnte ich genauso aggelt wie hier einfach mal den Köder schön runterfallen lassen. Ja, das ist echt cool. Oh, da hängt, da ist der nächste Flussbarsch und er hängt wieder. Mittlerweile habe ich es mit dem Anschlag. Mit dem Anschlagen hatte ich am Anfang ein paar Probleme, aber eigentlich ist nur die rechte Maustaste. Ich weiß gar nicht, wieso ich da solche Probleme hatte. Mal gucken. Oh, das sieht auch cool aus. Oh, 49. Alto Belly. Ein 49er Barsch. Knapp an die 50. Ui, ui, ui. Das wäre im Real Life mein PB, Leute. Das wäre im Real Life mein PB. Und das ist auch ein sehr... Wir haben zwar ein schönes... Ja, wir nehmen das als Thumbnail. Sieht einfach zu gut aus. Leute, es sieht einfach zu gut aus. Wir haben zwar einen richtig guten Hecht, aber das ist natürlich ein richtiger Barsch. Das ist ein richtiger Barsch. Das freut mich. Das sieht nicht so toll aus. Ja. Okay. Den behalten wir auch. Und das soll es für die Folge auch gewesen sein. Ich hoffe, die Videos vom Ultimate Phishing Simulator gefallen euch. Oder stopp, stopp, bevor ich Schluss mache mit dem Video. Gehen wir mal verkaufen hier. Mal gucken, was wir eingenommen haben. Dafür muss ich Standort verlassen und dann gehen wir die Fische mal verkaufen. Und dann kommt die Abmoderation. So. Das verkaufen wir mal alles. Hier, den Hecht können wir uns nochmal angucken. 80 cm hier in 3D. Das finde ich ist auch sehr, sehr cool gemacht. Man kann die auch bei sich in Aquarien setzen oder ausstopfen. Kann man auch. Und an der Wand hängen. So, wir verkaufen jetzt hier mal. Ja, okay. Wir haben ungefähr 150 Dollar gemacht. Das ist schon mal okay. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Wer es noch nicht getan hat, kann sehr, sehr gerne diesen Kanal abonnieren. Ist komplett kostenlos und geht schnell mit nur einem Klick und die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Euer Tim. Macht's gut. Ciao.